Hi, wir wurden von Twitch gesperrt. So sieht das aus. Wenn man sich einloggt hier, dann steht da, this account has been suspended und das ist natürlich nicht schön. Und warum ist das so? Wahrscheinlich, also natürlich sagt Twitch nicht genau warum, sie geben einen Grund an, es war irgendwas mit Sexualität, bla bla. Ihr wisst ja, wir besprechen diese Themen so oft in unserem Podcast. Der Game Dev Sex Podcast wäre auch mal eine interessante Idee. Nein, aber wir haben tatsächlich eine Folge, in der wir über so ein Thema gesprochen haben. Und wahrscheinlich ist es deswegen passiert. Und zwar hatte nämlich einer unserer lieben, lieben Community-Member, die hat das, aus unserer Discord-Community, hat ein tolles Skript geschrieben, welches unsere YouTube-Videos auf Twitch streamt, automatisch. Das ist toll. Da läuft dann unser Podcast die ganze Zeit durch, wir sind Radio, super cool. Und vermutlich ist dann irgendwann die Episode 7 gestreamt worden. Und ja, vielleicht war das der Grund. Und ich möchte euch zeigen, was dort passiert ist. Also das ist ja nur meine Vermutung. Sie geben zwar den Grund an, aber nicht, welches Video oder so exakt da das Problem war. Und deswegen gehen wir hier jetzt mal auf Episode 7 auf unserer Webseite. Und da sieht man schon 3D6-Sensoren. Ich glaube aber nicht, dass nur der Titel war. Wir haben dort über ein Spiel geredet und über die technischen Zensurmaßnahmen in dem Spiel, weil es gibt eine nicht ab unter 18 Version. Also die normale Version ist, ja. Genau. Und zwar folgendes. Ich war nämlich interessiert, wie sie das zensieren. Und wir sehen hier, dass sie einfach eine schwarze Kugel hochskalieren, um die entsprechenden Sachen zu verstecken, ja. Und das sind also alle Bilder, die wir hier sehen. Und ihr wisst ja, bei unserem Podcast, die Bilder werden auch angezeigt dann im Video. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, reicht das jetzt aus, um uns zu sperren? Ja, offensichtlich schon. Am Anfang hatte ich gedacht so, hm, ja, es stimmt schon vielleicht. Also es ist zumindest ein bisschen sexually offensive vielleicht, weiß ich nicht. Aber habe dann auch noch mal ein bisschen nachgeguckt auf Twitch und muss sagen, also da gibt es ja auch viele Menschen, die sehr viel Haut von sich präsentieren. Und da ist das gar kein Problem. Es gibt Leute, die spielen Cyberpunk. Und da sieht man ja auch nackte Haut, zumindest teilweise. Und das wird auch nicht gesperrt. Und dann habe ich mich doch entschieden, den Schritt zu gehen, bei Twitch so eine Beantragung zu stellen. Also das muss man nicht machen. Theoretisch ist dieses Suspension auch nur fünf Tage, aber es dauert jetzt schon überraschend lange. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber inwiefern kann man den schreiben. Die sagen auch, mach das aber bitte nur, wenn du guten Grund hast. Ansonsten gibt es Popohaue, ja, wenn du hier unsere Arbeitszeit stielst. Und dann habe ich das also gemacht und habe gesagt, hey, wir haben da über einen technischen Vorgang gesprochen. Wir haben nichts irgendwie angeworben oder gesagt, hey, hier spielt jetzt alle Sexgames oder irgendwas. Und bin mal gespannt, ob da irgendwie eine Antwort kommt. Bisher ist sie ausgeblieben. Ich hoffe, dass der Account wieder freigeschaltet wird. Wir haben ja nicht so viel jetzt gemacht. Aber ich dachte, ich erwähne das mal, weil das ein Thema ist, was mir auch am Herzen liegt. Und zwar ist es total cool, dass wir so eine Sache haben wie Twitch und YouTube und andere Sachen, wo wir relativ einfach Videos sharen können, teilen können. Ich erinnere mich noch an die Internetzeit, als es YouTube nicht gab. Und wenn man da ein Video haben, also wenn man es haben wollte, konnte man es sich natürlich runterladen, wenn man es irgendwo gefunden hat. Aber wenn man einfach eins hochladen wollte, ja wohin denn? Denn der Webspace war meistens nicht groß genug dafür. Und wenn, dann war es ja auch teuer. Und ich glaube, ich hatte damals auch noch gar keinen. Und deswegen war es schon eine sehr große Erleichterung, als dann irgendwann diese Services kamen, die sagen, hey, Webspace, balle uns zu, ist alles kein Problem. Okay. Und deswegen weiß ich das an sich zu schätzen. Und ich finde auch, dass YouTube zum Beispiel eine ganz tolle Bibliothek ist von Sachen, die man sich da angucken kann. Aber sie sitzen halt am längeren Hebel. Und wenn, wie bei uns jetzt, wir sind kein Sexpodcast oder irgendwie bewerben, weiß nicht. Wir haben das halt nur mal ganz kurz angesprochen. Haben die Bilder, ihr seht das ja auch, wir haben sie zensiert, beziehungsweise nur zensiert gezeigt. Und zwar mit einer Zensur, die dieses Spiel ja integriert hat. Und ich glaube, dieses Spiel selbst hat sich ja auch mit den ganzen Jugendschutzregularen befasst und haben das ja deswegen so gemacht. Das heißt, es sollte eigentlich total klar sein, dass, was wir hier zeigen, ist total okay zu sehen, auch wenn man unter 18 ist. Und trotzdem wurden wir gesperrt. Und das kann natürlich immer passieren. Und in unserem Fall ist es nicht so ein Problem. Der Twitch-Kanal ist ja relativ, also es war ja nur so ein automatisches Streaming. Da waren nur ein, zwei Leute, haben da mal zugehört oder so. Das war nicht riesengroß. Aber wenn das meine Haupteinnahmequelle wäre als Streamer, dann bin ich davon natürlich extrem abhängig. Und das wäre ein Riesenproblem. Und ich glaube, gerade gibt es auch sehr viel Stress auf Twitch wegen DMCA-Problem mit irgendwie Musik oder irgend so was. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Aber da werden dann ganz schnell Sachen abgeschaltet. Und deswegen ist es mir immer wichtig gewesen, Projekte wie auch den GameDev-Podcast zum Beispiel auf eigenen Servern zu haben. Das ist hier ein Server, der steht in Deutschland. Und solange wir da natürlich nichts irgendwas komplett, wie heißt das, Illegales machen, ist das auch sicher. Und selbst wenn jetzt irgendwie Herr Twitch sagt, hey, wir finden das nicht toll, dass ihr über technische Lösungen zur Sensor in Sexgames redet, dann könnt ihr uns ja nicht auf unseren Server was abschalten. Und das ist eine Sache, die sollte man immer im Kopf behalten, dass wenn ihr viel Zeit investiert in euren Instagram oder euer Twitter oder Twitch oder YouTube, dass ihr auch zuseht, dass zumindest ihr irgendwo Backups habt von diesen ganzen Daten und sie vielleicht sogar irgendwo spiegeln könnt. Also ich glaube, es gibt so Skripte, die automatisch jeden Tweet auch auf euren Blog irgendwie übertragen oder sowas. Also so, dass es dann nicht weg ist, denn es kann, wie man hier sieht, von einem Tag auf den anderen vielleicht auch ungerechtfertigt passieren, dass ihr einfach abgeschaltet werdet. Und es kann ja sogar sein, dass es jahrelang völlig okay war, sowas zu machen. Und plötzlich entscheidet der Anbieter, naja, jetzt finden wir das nicht mehr so cool. Und dann schnipst, seid ihr weg und habt alle eure Follower verloren. Und das wäre natürlich unschön. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht, wenn wir wieder freigeschaltet werden, machen wir eine Folge mit Sekt und knallern und feiern das. Mal sehen. Ja, genau. Ciao.